Was ist das für die Mutter? Ich kann das machen. Aber ich habe es voll besser gefunden. Echt? Ich bin voll in love. Here is Emmy. Ich bin voll verliebt und vor allem. Ich fühle mich wie ein... ...Oberkurs ab der Alte. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Schau mal, wie fest das Haarebuck gemacht hat. Es scheint nicht zum Fall. Ich blondiere meine Haare tot. Wegen paar Extensions. Ich bin ein Paar für Geld. I'm a real life worry. Wer war das eigentlich? Der Ferrero, meinst du ihn? Hoi Alex. Nix. Und nichts kaputt machen. Ja, aber auch wenn. Ich sage dir ganz ehrlich. Sonst soll es meine Haare zerfressen. Das ist trotzdem geil. Ja, aber ich muss dich fett präum machen. Wie das mache ich? Ich kann ja da nicht. Ich kann nicht viel Sachen tun. Nein, nein, nein. Okay. Hä, weißt du? Hm, egal. You know what I mean. I know what I mean. Aber ich sage dir eigentlich, mir ist scheißegal, was meine Haare kaputt machen. Ich bin trotzdem im Lauf. Und schlussendlich, alles was negativ ist, hat irgendwo alles was ist positive. Das so die fluffierig, die so... Musst du halt öppich bringen. Branko ist das geseitig. Ah, te! Ich habe gerade nicht mitgebracht. So. Wir wissen alle. Ich kann über nichts anderes mehr reden, als über die Haare. Die nächsten vier Monate, als ich die Haare habe, sehe ich mich nur noch so. Hallo? So. Ne, Mann. Hallo? Sorry, schnell. Du hast du mit mir rede? Okay. Ich glaube nicht. Also, ich wüsste, dass du mich so dieses Verspektum machst. Oh, scheiße. Okay. Okay, es ist alles auseinander. Gell? Outfit check. Nike, 39. Und top. Was war das? Was war das? Ich glaube nicht. Ich schließe Bercht. Ich schließe Bercht. Ich schließe Bercht. Jetzt! Wann geht der Lippe? Sorry Leute, schnell! Geh? Ich kann nicht schlafen, nein! Was sagt ihr, was ich meine? Trink ich den Wasser, nein! Ja, jetzt ist es Sonntag. Jetzt ist es so richtig. Erstens. Hast du Extensions gemacht? Ja! Ja, Schatz. Wenn du auch Extensions möchtest, geh auf Winterthur. Erstens, und was sie brutal schön gemacht hat, du siehst keinen Farbenunterschied, du siehst keinen Übergang, du siehst nichts. Du... Von ihnen ist es besser auch. Bei Qua für Livia. Qua für Livia auf Instagram. Dort hast du Adresse und alles, wenn ihr ihr Profil nicht finden solltest. Ich post später noch eine Story, wo ich sie auch verlinkt habe. Und du zahlst den ganzen Oktober lang nur 450 Franken für das, was ich jetzt habe. Sogar noch mehr Haare drin. Für 100 Gramm 50 cm. Ich habe jetzt nur 88 Gramm drin. Sie hat sehr viel... Sie hat wirklich Texte. Es ist voll. So. Ich wollte eure Punkte sehen. Ich weiss, bei wem. Brutal! Und den ganzen Oktober lang zahlst du nur 450 Franken für 50 Gramm. Sorry, Jan. Geht's gut? Ich schaue, ich bin voll im Dorf. Ich sehe nicht, wie es vorhin ist. Warte, ich kann das so übergehen. Mann. Ah! Also 50 Gramm soll ich mehr? Ja, ich meine nicht die gerade. Was? Ja. Warte. Vielen Dank.